Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir nicht, heute spielen wir nicht, sondern wir machen ein Quiz. Mal gucken, wie hochintelligent ich bin. In diesem Quiz geht es nämlich um mich. Ja, also ich hoffe, es wird nicht allzu schwer sein und ich hoffe, dass ich nicht extrem dumm in diesem Quiz bin. Ansonsten kann ich mich direkt vergraben gehen, nicht? Genau. Ich meine, es ist ja schließlich schon extrem traurig, wenn man ein Quiz macht, der über einen selber ist. Und man nicht genau weiß, was da drinne vorkommt. Ich hoffe, ich werde alle Fragen richtig beantworten. Auf jeden Fall, ein Zuschauer, der liebe meine Blogs, hat mich darauf hingewiesen, wie man sehen kann, hier steht ja auch Ersteller von meine Blogs-HD. Er hat es erstellt und mich darauf hingewiesen. Krasse Sache. Auf jeden Fall, das Quiz heißt das SantiBioZ-Quiz. Dödödödüm, voll dramatisch. Dies ist das SantiBioZ-Quiz, in dem du herausfinden kannst, ob du ein wahrer SantiBioZ-Fan bist. Nee, ich mag den überhaupt nicht, den Kerl. Ich weiß echt nicht, was man von diesem Typen halten soll. Du solltest wissen, dass die Antworten nur von YouTube aus sind und manche Dinge vielleicht nicht mehr stimmen. Regel 1, nicht schummeln. Regel 2, have fun. Okay, die Regeln gefallen mir. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem ersten Video an, ey, wahrscheinlich, ne. Wir fangen mit dem ersten Quiz an, äh, mit der ersten Frage an. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? An welchem Datum hat Santi seinen Kanal gegründet? 27.01.2019, 13.08.2018, 11.12.2017, 21.03.2018. So, ich lasse euch als erstes raten. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich lasse euch auch so die Zeit. Jetzt kommt die Auflösung. Also, eigentlich habe ich 2017 gestartet. Ich glaube, einer meiner ersten Videos war auch auf dem Weihnachtsmarkt, deswegen am 12. Am 11. kann sein, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Kommen wir zur zweiten Frage. Was hatte Santi mit seinen Haaren vor? Seine Haare verunstellten? Gar nichts. So stylen wir Maxify, eine Glatze machen. Jetzt kommt die Antwort. Also, ihr habt wahrscheinlich gedacht, gar nichts, eine Glatze oder so stylen wir Maxify. Nein, ich wollte sie verunstalten. Das war in einem Stream, da habe ich gesagt, also irgendwie, ich habe so richtig Lust, meine Haare zu färben oder sie zu verunstalten. Aber, ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Soll ich dich verunstalten oder so? Wollt ihr das sehen? Wollt ihr das sehen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ja, ich habe alle geschrieben, nein, mach es nicht. Habe ich es auch nicht gemacht. Kommen wir zur dritten Frage. Wie lautet der Name von Santi Biozets Kind? Aber das, das muss ich doch wissen. Hallo, ich bin Vater. Meine Vlogs unterstrich ad, Santi Biozet Junior. Er hat kein Kind, er ist doch noch zu jung dafür. XT Gaming unterstrich star. Hm. Ich lasse euch jetzt mal noch mal kurz Zeit, ne? Die Antwort, okay, also ich lasse euch immer weniger Zeit, merke ich gerade. Die Antwort ist nicht meine Vlogs. Nein. Er ist tatsächlich, äh, äh, der Onkel. Hey, ich habe so eine ganze Familie, ey. Es ist Gaming Star, mein kleiner Schnuckiputz. Das ist, einfach, my love. Zur vierten Frage. Wann hat Santi Geburtstag? Okay, ich glaube, das wissen die meisten sogar gar nicht, wann ich Geburtstag habe. Könnt ihr jetzt einfach mal überlegen. Just think about it. A few moments later. Habt ihr es? Wenn nicht, ich sage euch jetzt, wann. Ich habe natürlich am zweiten, fünften Geburtstag, ey. Seid ihr dumm? Fünften. Hat Santi ein Minecraft-Projekt? Ja. Nein. Bin mir nicht sicher. Woher soll ich das wissen? Ja, ich würde einfach sagen, die Antwort ist Vox. Das ist schon echt wieder respektlos. Ich habe tatsächlich ein Minecraft-Projekt gehabt, und zwar Minecraft Skywars auf der Minecraft Windows 10 Edition. Und Minecraft Dungeon hatte ich auch noch. Boah, stimmt, ey. Minecraft Dungeon habe ich ja komplett vergessen. Kommen wir zur sechsten Frage. Ich frage mich, wie viele Fragen das habt. Ihr heißt Santi auf Instagram. Santi Raswold. Santi-bioz. Santi-bioz-kram. Er hat kein Instagram. Das habt ihr nicht gesehen, okay? Kommen wir zur siebten Frage. Wie lautet Santi's Kuscheltier? Wie ist der Teddybär? Simba. Teddy. Teddybär. Oh mein Gott, nein. Das ist alles falsch, meine Blogs, ne? Mein brauner, braun... Bläh, 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 bläh. Mein brauner Bär, der heißt Brummi. Dadurch, dass er immer so brummig unterwegs ist und immer so am Grübeln ist und immer sehr, sehr schützig. Deswegen nichts davon stimmt. Ich hab immer Teddy gesagt, ja, ich weiß. Mr. Teddy kann aber auch sein, wegen der Schleife. Simba hab ich niemanden getauft. Ich hatte sogar noch diese eine alte, gruselige Puppe. Die hat meine Oma mir geschenkt. Also, ich mochte die extrem. Ich hab immer mit der gespielt. Ich hab mit Puppen gespielt, ich weiß. Aber jetzt find ich sie ziemlich gruselig und jetzt ist sie nur noch im Keller. Meine Mutter hat auch schon da mitgespielt. Und meine Uroma hat auch schon da mitgespielt. Sogar meine Tante hat da mitgespielt. Wie alt ist Santi? Zwölf. Er hat es nicht gesagt. Vierzehn. Ich bin einfach 3000 Jahre alt. Okay, nein. Ich hab's nie gesagt. Ich hab's tatsächlich nie gesagt. Kommen wir zur neunten Frage. Wo hat Santi im Sommer 2019 Urlaub gemacht? Mallorca, Italien, Madeira. Madeira. Madeira heißt die Insel. So, nicht Madeira. Meine Güte. Amerika. Natürlich Deutschland, Alter, ey. Mallorca ist doch Deutschland, Alter. Ey, wenn ich weiter so mache, ich kann bald eine Karriere auf RTL 2 starten. Ich schwör's euch. Frage 10. In welchem Restaurant hat Santi im Urlaub gegessen? Oh, kacke. Oh, dieses Instagram-Bild, ne? Oh, da hab ich das, glaub ich, auch mal gesagt. Meine Blogs? Näh. Das ist gemein. Das ist gemein. Scheibenkleister. Ich weiß es nicht. Ich glaub, es war... Lass ihn mal. Sag ich einfach so. Kommen wir zur Auswertung. Die heilige Auswertung. Du kennst dich halbwegs gut aus mit Santi. Aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich geb jetzt nen Kommentar ab, Leute. Ich habe dieses Quiz gemacht und bin nicht zufrieden. Hallo, ich brauche Sonderrechte. Bei mir muss alles richtig sein. Ausrufezeichen. Ups. Caps. Das steht ja wirklich da. Oh mein Gott, das hätte ich ja nicht gedacht. Ich hab gedacht, das wird irgendwie zensiert. Das war es wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ihr auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung. Wenn ihr sowas Geiles auch machen wollt, wie Quizze für mich und ich soll dann darauf reagieren, müsst ihr einfach nur eins machen. Mir sagen, hier ist Santi. Geiles Schnitte. Ich hab da was für dich gemacht. Dann sag ich, okay, ich guck mir an. Schnitte zurück. Ja. Vielleicht habt ihr Glück. Vielleicht sehe ich es. Und dann reagiere ich da drauf. Macht dieses Quiz. I don't know. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bin Santi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.